In diesem Video zeigen wir euch, was passiert, wenn der Meeresspiegel unendlich steigt. 2020. Die Welt hatte einmal viele Kontinente, die von Wasser umgeben waren. Aber weil die Menschen es nicht geschafft haben, den Klimawandel zu stoppen, ist das Wasser gestiegen. Immer weiter und weiter. 2070. Ein paar Menschen haben zusammen beschlossen, eine Kuppel mit einer Luftröhre nach oben zu bauen, damit sie überleben können. Leider hatte die Kuppel nicht genug Platz für alle Menschen. Nur eine kleine Anzahl hat überlebt. 2095 war es dann soweit. Die Welt versang und Wasser aus den Plastikinseln wurden unbewohnbare Plastikkontinenze. Die Menschen hatten schon fast die Hoffnung verloren, denn die Ressourcen wurden immer knapper. Da ging ein Mädchen eines kalten Tages aus ihrem Haus, um sich die Unterwasserwelt noch einmal anzuschauen. Doch sie sah etwas Unglaubliches. Ein Jungen mit Kiemen. War er die neue Hoffnung für das Überleben der Menschheit?